Ich check gar nichts Okay, warum zur Hölle guckt da so ein Baby Das kenne ich mit dem Pferd Safe, das kenne ich Das ist so dumm Zweimal Eis halten Mach der kleine Bruder seinem großen alles nach Ah, outplayed Fährt er da gerade mit einem Löffel Auto Ja, dann ist Feierabend, wenn der abbricht Jo, was ist denn da mit dem Haus passiert? Klar, er war da noch drin, wer kennt die nicht? Jäger Was ist das? Ich check gar nichts Bruder, war das gerade die Gazelle aus der Hölle? Scheinbar, was macht der hier? Wie viele Streichhölzer hat der denn? Ey, warte mal ganz kurz Er gibt an, dass er Japaner ist Also er sagt, er ist Japaner Aber irgendwie ist das gar nicht die japanische Schriftart Leute, wer ist Profi von euch? Schreibt mal in die Kommentare, was das für eine Sprache ist Aber ich glaube, es ist ein Mandarinen eher oder so Glaub ich Klassiker Habe ich auch noch nie ausprobiert so richtig Nur Steckt da jemand Oh Gott, hat der mit der Pfanne den Fernseher kaputt gehauen? Mann, was denn Ja, da würde ich auch Zeigt der Typ mir Ich gerade den Mittelfinger Ohne mir den Mittelfinger zu zeigen Ich weiß ja nicht Okay, eins, guck mal Bäm, bäm, bäm Bäm, bäm, bäm Bäm, bäm Bäm Was? Macht der da? Was, Bruder? Keine Chance Keine Chance, Digga Keine Chance Er trinkt das in einer Sekunde Guck Wie viel Durst hast du? Er sagt so Ja Ja I never knew Dogs could scream like this Was mit dem Hund los? Yo Was ist mit dem Hund los? When you go to a fancy restaurant And you don't know what to do Er weiß gar nicht, was geht Das ist ein Handtuch Er wollte gerade ein Handtuch essen, Mann I would have done the same Does anyone know If this is actually a dog The tail looks so long Was ist das? Auf jeden Fall kein Hund Hm, da wollte jemand aber dick geprankt Richtig dick geprankt Oh, ne, ne Ja Ripp Was hat die denn da gerade gemacht? Okay Das ist 6 von 10 Was macht er da? Digga Der perfekte Kreis Das Ist clean Schon Was geht bei der ab? Baby Oh Mann War nix Aha Oh Die waren 9 von 10 schon gewesen Tja Schwierig Ähm Was geht denn hier ab? Ist das ein Strudel im Wasser? Der ist ja richtig am sich drehen Jo, wie der weggeflogen ist Krass Die Übertaschenlampe, Leute Ich bin gespannt Was? Der Typ steht oben im Balkon Und leuchtet die ganze Gegend ab Er macht kurz Sonne, Digga Fusionsreaktor bei sich zu Hause So die Tennisbälle aufzusammeln Das ist eigentlich auch echt ganz nice Leute Er sagt Wenn ihr abonniert und liked das Kriegt ihr 100 Dollar Was ist das denn? Alter War das knapp Okay Niemals ist das Okay, warte kurz Ich glaube Der Wurf und so Alles echt, Digga Aber das Ding hier haben sie locker Das ist locker eine Animation, Digga Locker ist das eine Animation Locker ist das eine Animation Was geht hier ab? Nein Lauf weg, Echse Hey Oh, Digga Ist der Hund dumm? Oh, Mann, ey Die Echse hat verloren Ah, sie leben noch Digga Warum muss man sowas zeigen? Ich finde das nicht mal cool Wir sollen dem grünen Ball folgen Okay, wir machen nochmal Challenge, Leute Der grüne Ball Das muss echt nicht sein Was da gerade war Der grüne Ball In der Mitte Wir folgen Oh, der Ball It gets crazy Folgt dem Ball Digga Richtig schwer Mitte 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 Ja Habt ihr gesehen? Meine Augen kannst du nicht täuschen Das geht nicht Das geht nicht Meine Augen kannst du nicht täuschen Ja Oh, was ist da denn los? Was ist denn da los? Was ist mit dem kleinen Hundi? Oh, Junge Das hat einmal knack gemacht Krass Die Katze Digga Junge Gar nicht Gar nicht Ängstlich Muss ich los? Muss ich los? Crazy Was ist da mit dem Ei los? Kommt da was raus? Ah, sein Finger war das Oh, Mann Was ist da denn? Was ist das denn? Oha, was geht denn hier ab? Digga, der Hund ist ja richtig am Überleben Süß Echt ein sehr, sehr süßer Hund Trickshot, Leute Dicker Trickshot Krass Ah, ja Wild, Digga Wild Wie kann man sich den ganzen Tag solche Trickshots reinkonnecten? Oh, so wird eine Straße da gebaut Also so ein Bürgersteig Pennywise hat ein neues Skateboard bekommen Imagine, Digga Monte Monte im Hintergrund hat dieses Aquarium Digga Und da hängt einer und schwimmt so Ey, ich werd mir so den Eumel ablachen, Digga Ist ja zu krass Geile Pose Wie zur Hölle schwebt das Teil da oben? This guy just got evicted Mal gucken, was hier jetzt so abgeht Uh, cool, Mann Digga Ist das nicht lebensgefährlich? Was? Hä, warte mal ganz kurz Hä? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das gerade legend war Das ist doch Das ist doch nicht real Ey, Bro Wir müssen da oben auf den Berg Wart kurz, Bruder Ich fahr rauf Bin oben Bin oben, Bro Okay, was geht hier ab? Er muss richtig viele Dollar jetzt da reinpacken Digga, richtig viele Okay, was geht da mit der Schnecke Äh, mit der Schlange, Mann Was geht denn da mit der Schlange, Alter Weißt du, schade ist halt Dass das Tier nicht merkt In was für einer schlimmen Situation er eigentlich ist, ne Dass er einfach weggeht so Nein, Digga Der ärgert die Schlange jetzt Oh, Junge Das Das Oh, nee, Digga Muss ich sein Heute auch mal diese anderen Vibes im Video, ne Diese uncoolen Das ist Dubai wahrscheinlich gewesen Oha, Mann Clean Digga Hört sich gut an Einfach geiler Sound Bowling Kugel Oha Digga Krass Was ist, was ist das da? Einfach Wasser drin Das ist eigentlich nicht gut, Leute Das ist eigentlich gar nicht gut Warum packt man da eine 5-Cent-Münze rein? Also, was Die haben Das in den Tisch eingebaut Okay So, was würde ich So gerne mal unter Wasser sehen, Mann Einfach schön, Freunde Geil Yo Wie lang soll der Bart sein? Jo Digga Warum zur Hölle drückt er auf diese Früchte darauf? Warum macht er das? Was ist da drin? Was ist das? Was macht die? Oh, das ist richtig Leute Digga Talent Das ist richtig krass Respekt Das machen die aber sehr smart Wow, wow, wow Falls meiner von euch einen Baum pflanzen will Okay Das ist ein Tipp Den kann man sich mal reinziehen Der macht einmal Einmal diesen hier Digga Diesen Hier oben Und dann hebt er das einfach mal so locker lässig aus Kannst du mir nicht erzählen Stark gemacht Oh, oh Kleiner Vogel Ist da irgendwie unten Oh, nein Oh, nein Der kleine Das kleine Vöglein Finde ich gut Was ist das für ein Tiger? Oh, ich wäre vorsichtig, ne? Der wird gleich sowas von Auf dich zurennen Guck Diese majestätischen Tiere Wie sie dich angucken Mit den Augen schon Der Tod Der Tod Ist in diesem Löwen Äh, in diesem Tiger drin Der Tod Wenn da jetzt kein Zaun wäre Okay Warum zur Hölle bewegt er sich so langsam? Ich hätte gedacht, der rennt und sprintet richtig los Ah, Badlands Chugs, Leute Der trinkt immer Der trinkt immer durch diesen Schuh Was macht der? Okay, wie schnell trinkt der das leer? Das sind zwei, drei Liter Füller Jo Bro Jo Okay, trink halt noch mehr Zwölf Sekunden Ja Leute Das war's wieder mit einem weiteren Video auf diesem Kanal Und ich hoffe, es hat euch gefallen Like nicht vergessen Und ein Abo rein Schauen dann Wir haben bald die 50.000 erreicht Ich freue mich auf jeden Fall Und ja Bis dann Kuss Dero out Dero out Küche sehen wir uns Und wir haben uns